So Leute, weiter geht's mit dem neuen Part von Pokémon Frat und Weiß. Es ist auch ein Ende und ich kann eigentlich wieder Videos machen. Letzten Part haben wir eine Baby-Sink und sie hat uns nicht erheilt, die Zicke. Deswegen müssen wir jetzt hier in das Haus rein. Denn da ist eine Frau, die uns nicht mehr heilt. Und hier habt ihr gerade das Charing gesehen. Auf der Straße. Hier. Ich weiß nicht, ob wir jetzt gegen diesen... Ich weiß nicht, ob wir jetzt gegen den Schirm kämpfen müssen. Trottokunnen. Also mal Aquabelle. Wo ist das? Oh nein, danke. Ich will keinen Schaden zunehmen. Auf das habe ich keinen Lust. Ich werde mal meinen Ganuvi nach vorne tun. Den Ganuvi muss ich nicht trainieren. Das ist nur Level 21. Das muss schnell nach oben gehen. Denn die vierte Rente ist eine Elektro-Rente. Und der kann mir Ganuvi sehr behilflich sein werden. Mit seinem Boden attacken. Das ist nicht mehr so. Wie schnell ich? Ich habe jetzt kein Schaden, das ist gut. Yo, volltreffer! Sehr geil! Enforcer? Ja, volltreffer! Ist das so viel? Ein Pflanzenviech. Scheiße, was will ich da tun? Ah, ich weiß schon. Ich weiß schon. Grasmix. Grasmix. Wow, ist das viel ab. Ich habe leider keine Tränke. Sie ist echt beschissen. Ich werde aus diesem Paar das Video pausieren und schnell Tränke kaufen und dann sehen wir wieder. Dann treffen wir uns wieder hier. Aber zuerst besiegt. Duerst mache ich den Kauf. Ich probiere das so viel so viel Schaden zu machen wie möglich. Der Grasmix. Okay, vier Kp kriegt es. Nein, zwei, zwei Kp. Hm. Hoffentlich geht es mir nicht mit dem Grasmix down. Komm. Und jetzt wachst du meine. Bäm. Bin ich schon allein jetzt? Ja, bin ich. Und besiege ich es? Ja, ich besiege es. Nelle Zebra. Kriegt. Knapp 500. Sodamag. Sodamag. Für mich wäre ein Gift Pokémon. Bin ich mir nicht sicher. Sodamag. Nein, aber voll daneben. Da hätte ich mein Pokémon drin lassen können. Hm. Schockwelle. Ui, ui, ui. Langbar. So habe ich seinen Rückzug gibt. Besiege ich das. Besiege ich das. Oder mag. Und das ist das letzte Pokémon. Item später. Soll ich das einsetzen? Nein, das brauche ich nicht. Nein, das brauche ich nicht. Nein, das brauche ich nicht. Ich habe gesagt. Bekannter Zecken. Wir halten. Ein bisschen. Ich bin der Lärmling. Leopard. Ah, das war. Okay, zu Hause reden. Doch das letzte Wort. Mach es fertig. Bei den Kopf habe ich 5 Minuten. Ich hab 5 Minuten gebraucht. Kalkklinge. Kalkklinge. Oh, der Tag ist ja. Ist mir doch egal. Ich habe ja AK Welle und Kalkklinge. Das war sehr starke attacken. Ja, du bist eh bald da. Heimzahlung. Das war's. 28 vergelt nicht schlecht nicht schlecht kampf 60 stärken nicht schlechter macht schritte schlappen trainer 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 besiegt und die wieso kassa klin ist und wenn es ja nicht mal da rajona city lang wollen wir mit mir gut einfach immer weiter ja ja also leute ich pausier das video und wir sehen uns dann wieder ja bis dann ok leute wieder da und ich habe einkauft und wie ich eingekauft habe 11 super tränke etwas sieben beleber ja es gab beleber und zwei hyper tränke jetzt muss ich mir überhaupt keine sorgen machen über tränke und so und wenn man von dem habe ich ja beleber das hat mich so aufgeregt aber jetzt habe ich nicht beleber so jetzt in kauf wer ist es mein gott ein suro suro keks so wie schnell das okay was ist es wir haben ich habe es gelb ja gekämpft ein war es der name als lampion nicht schlecht vielleicht habe ich nicht so stark gebunden hat dann so mit sandkraft und lehmschäle ich bin froh wenn ich nicht leben schuss hätte das ja noch gut er hat kriminalität ist eher ähnlich erst später also lehmschuss lehmschuss wäre ja jetzt schön aber ich habe jetzt besiegt und gar noch will mit langsam stärker so du oder sie ein flampion kein flampion kämpfe ich auch gerne aber nicht wilde und nicht so schwache das pokémon dass ich auf dieser reise mit mir für diese empfehlung aus einem beliebten reise vieler was ist ein pokémon oh ein glanz pokémon ein baum 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 ja ich kann nichts zeigen tun oder nein schon wieder die alle noch doch ja gut ich kann es gut einstecken und jetzt ist es eigentlich klar dass ich schneller herr mit der drief da genau und es ist es springtas bei dichtin egal ist das So, heilen. Und da, ich hab noch ein paar Heiler, sehr schön. Ja, so Leute, ich beende hier das Video und ich werde sofort noch einen Port machen und ja, bis dann und bye bye.